Neubauen für Beinhold, also tatsächlich eine Immobilie herstellen und sie nachher im Bestand halten, weil man sie auch lukrativ vermieten kann. Das macht der Martin und wir starten eine neue Serie, haben gerade Folge 1 aufgenommen. Stefan, wie hat dir Folge 1 gefallen? Super, weil es mal wirklich ganz was anderes ist. Es fängt schon an bei der Akquise, also wenn ich Grundstücke zum Bebauen suche, ist das was anderes als fertig dastehende Häuser. Und das hat eine ganze politische Dimension. Ich muss irgendwie verstehen, wie Entscheidungsprozesse in der Gemeinde laufen und so weiter. Also ich fand das extrem spannend zu verstehen, was alles passiert, bevor das erste Mal dann irgendwo ein Stein hingesetzt wird. Und es ist einfach so krass, dass man es tun kann. Der Martin ist 33 und tut es einfach. Also kauft Grundstücke, bebaut sie, vermietet sie, macht es aber in Summe mit so viel Leidenschaft für die Immobilie selbst und so viel Leidenschaft für das Konzept auch, was dahinter steht, sodass wirklich Lebensraum entsteht, der genau an diesem Ort gebraucht wird. Und damit überzeugt er irgendwie gefühlt alle. Und dann gelingt eben genau das, was sich so viele wünschen, nämlich Neubauen und nachher im Bestand halten. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien und gerne auch erfolgreich mit Neubau umsetzen. Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Wir freuen uns sehr auf eine neue Serie mit Martin. Martin Vossberger. Hallo Martin. Hallo ihr beiden. Hallo Stefan. Hallo Marco. Der ist selbstverständlich auch da. Ja, ich leite mal ganz kurz ein. Also Martin ist 33 Jahre alt, relativ frisch auch bei Immocation im Coaching-Team. Wir sind sehr glücklich darüber. Du machst Beeindruckendes mit Immobilien. Vielen Dank. Und zwar etwas, was glaube ich sehr, sehr viele sich wünschen, dass es funktioniert, bei dir funktioniert es, nämlich Neubauen und das Ganze dann aber im Bestand halten. Also Einhold Neubau. Ganz speziell auch kümmerst du dich sehr, sehr, deine Immobilien haben Namen. Du kümmerst dich wirklich sehr, sehr intensiv mit sehr viel Leidenschaft und Herz, ist mein Eindruck, um diese Projekte, um diese Immobilien, um Lebensraum zu schaffen. Also wirklich Lebensraum zu schaffen für auch, ich glaube, allermeistens eine ganz spezielle Zielgruppe, nämlich Senioren. Genau. Was dir dann auch eben das möglich macht, dass Beeindruck und Neubau auch funktioniert. Und ja, ich freue mich riesig. Wir haben jetzt für uns ein paar Folgen vorgenommen, ein paar Projekte vor dir durchzugehen. Sehr gerne. Kannst du noch zum Start kurz ein, zwei Sätze, wo kommst du her, was hast du studiert und so? Ich komme gebürtig aus Ostfriesland und bin dann nach der Schule, nach dem Zivildienst, da habe ich mich für ein duales Studium entschieden, relativ spät. Dann waren die meisten Plätze eigentlich schon weg und bin dann selber auf die Suche gegangen nach einer Hochschule, habe dann in Braunschweig BWL studiert und eine Ausbildung gemacht. Und es war kein Ausbildungsunternehmen dabei, was mir zugesagt hat. Und also bin ich mit, dann habe ich selber eine Mappe gemacht und bin durch die Stadt gelaufen und habe überall angeklopft und dann habe ich das Unternehmen Karstadt dann, natürlich bin ich nicht dran vorbeigekommen, als Riesenhandelskette mitten in Braunschweig. Und dann habe ich es auch dort abgegeben und dann kam die Einleitung zum Bewerbungsgespräch und wir haben uns dann darauf verständigt, dann die nächsten drei Jahre zusammen diese Ausbildung zu begleiten. Dann habe ich zum Ende der Zeit, ging es dann darum, ja, wir würden dich gerne übernehmen, ein Trainee-Programm und das war für mich keine Alternative. Ich wusste natürlich damals schon, das ist ja auch immer wieder, auch heute noch in den Medien, dass das keine Zukunftsbranche ist. Und dann habe ich mich da verabschiedet, bin sechs oder sieben Wochen in einem Fußballcamp gewesen, habe erst mal gearbeitet, dann rief mein Vater und hat gesagt, Mensch, ich habe jetzt, der ist Apotheker, ich habe jetzt eine zweite Filiale eröffnet und es gibt ganz viele Gesetzesänderungen und ich muss mich um Buchhaltung kümmern und das möchte ich nicht. Ich bin am Kunden gut und gerne. Ich brauche dich hier, du hast das studiert, also bring das doch bitte mal ein. Und dann bin ich erst mal wieder nach Hause gezogen. Da warst du dann aus 23? Etwas älter, genau, 24, Ende 24. Wie ging es weiter? Ich habe dann ein Jahr als so eine Art interner Unternehmensberater im Controlling gearbeitet. Wir haben uns am Anfang gesagt, okay, die Summe müssen wir einsparen, um auch das Ergebnis halten zu können. Langfristig ist wohl ganz viele Rabatte gestrichen, also gab es viele Gesetzesänderungen seitens der Industrie. Und dann habe ich alles, was Geld kostet, überprüft. Ich habe Großhandlungsverhandlungen geführt, habe dann auch neue Rabatte ausgehandelt, versuche alles neu abzuschließen. Und zu den Kosten gehört eben auch die Apotheke und eine Handvoll Immobilien, die dazugehören. Und dann habe ich Verwalterverträge gekündigt und habe gesagt, in diesen, ja, jugendlichen Leichtsinn sozusagen, das kann ich auch alleine. Verwalter, was macht der schon, ne? Ich hatte einen guten Drive, ich habe viele Kosten eingespart, es lief total super, Kostenstellenrechnung eingeführt und Mitarbeiter neu strukturiert. Und dann war das natürlich leicht, das auch zu kündigen. Und dann ging es so alles in allem ein Jahr. Dann konnte man messbar sehen, okay, das Ergebnis passt, es hat geklappt. Und dann wollte ich eigentlich einen Master studieren. Und dann sagte mein Vater zu mir, ja, aber wer verwaltet denn jetzt die Einheit? Da habe ich gesagt, ich nicht. Ich habe nur die Kosten. Das habe ich dann ja nebenbei gemacht und dann natürlich schnell festgestellt, eine Versicherung kann ich kündigen und für drei oder fünf Jahre neu abschließen. Das macht dann erstmal keine Arbeit. Aber eine Immobilienverwaltung, das ist richtig Arbeit. Und dann, ja, haben wir uns verständigt. Ich habe dann das auslaufen lassen, habe dann auch gesagt, gut, wenn ich jetzt noch hier bleibe und weiterhin ein Gehalt dafür beziehe, dass ich jetzt das Kopierpapier austausche für 10 Cent weniger, das Paket, dann rechtfertigt das nicht mehr meine Stellung. Aber ich möchte jetzt hier nochmal die Immobilienverwaltung einfach weitermachen und mir das mal aufbauen. Und dann gehe ich vielleicht ein Jahr später den Master studieren und dann könnte ich ja meine Verwaltung verkaufen. Und dann bin ich so gestartet. Um wie viele Immobilien ging es denn? Also ich habe mir jetzt, als du sagtest Apotheke, habe ich mir so die kleine Eckapotheke bei uns vorgestellt. Das sind dann, weiß ich was, 100 Quadratmeter, ein Ladendokal, das war es dann auch. Aber da war jetzt mehr im Spiel irgendwie. Es ist also das Apothekengebäude, da drüber haben wir früher gewohnt, ist eine Wohnung gewesen und dann irgendwann eine Arztpraxis. Und dazu gehören noch ein paar Arztpraxen und ein paar kleinere Einheiten. Weil das ein ganzes Gebäude quasi ist, wo die Apotheke drin ist. Genau, es war immer so, dass mein Vater gesagt hat, relativ pragmatisch, ich verdiene nur Geld, wenn ein Patient zum Arzt geht und mit dem Rezept zu mir kommt. Und im besten Fall hat er dafür einen kurzen Weg. Und muss sich nicht ins Auto setzen. Und dementsprechend hat er um die Apotheke rum eben auch dann mal ein Ärztehaus gebaut. Also schon in den 70er und 80er Jahren. Und also so ein Wohn- und Geschäftshaus, so ein klassisches. Und sowas gehört halt dazu. Ich war neulich beim Arzt, der mir ein Rezept in die Hand drückte und mir dann genau erklärt hat, warum ich unbedingt zu der Apotheke unten im Haus gehen sollte. Weil die ganz besonders genau wissen, welches Gerät. Tatsächlich ist es auch so. Tatsächlich ist es auch so. Okay, wir springen mal ein bisschen, weil wir im Rahmen der Serie ja einiges vorhaben und auch dich kennenlernen werden in verschiedenen Phasen. Wir machen es jetzt aber eben nicht chronologisch. Sondern wir starten mit einer Immobilie. Dies ist die einzige, die, glaube ich, keinen Namen hat. Steht hier erstmal nur Seniorengerechtes Wohnen. Es geht um acht Einheiten Neubau. Erstmal nur, um es für die Zuschauer und Zuhörer einzurden. Man kann dich bezeichnen als Projektentwickler, oder? Der dann aber einfach das im eigenen Bestand hält. Also zwischen, du hast deinen Papa unterstützt und dem, was jetzt kommt, ist einiges passiert. Ja, viel passiert. Genau, wir werden es aufarbeiten. Aber jetzt springen wir tatsächlich ins Jahr 2019, oder? Da ging das los. Erzähl uns mal, an welchem Punkt warst du dort als Entwickler, als Immobilieninvestor und wie kam dann die Immobilie zu dir? Wie ging das los? Ich war sehr, sehr weit als Immobilieninvestor. Ich habe vorher viel, viel gelernt, viele Fehler gemacht, viele Sachen auch gut gemacht und immer versucht natürlich besser zu machen. Und hier war es tatsächlich im Rahmen meiner Erfahrung ein relativ einfaches Projekt. Das Grundstück hat sich aufgetan. Es war am Rande einer Siedlung, ist aber nicht beplant worden. Also es gab dort keinen Bebauungsplan. Dementsprechend war also nicht geklärt, was zu bauen ist. Ich konnte also nur erahnen, dass natürlich dann im Rahmen der Nutzung, wie die Siedlung eben auch genutzt wird, mit der Geschossigkeit und so weiter, auch dieses Grundstück dann beplant wird. Und der Eigentümer wollte es damals einfach nicht reingeplant haben und hat gesagt, nein, ich möchte nicht, dass das mit beplant wird. Er hatte da irgendwelche anderen Sachen vor, wollte es einfach anders nutzen. Und das ist mir aufgefallen. Wie ist das aufgefallen? Ja, ich gucke meistens über Google Maps oder über andere Kartenportale, fahre durch die Gegend. Und da habe ich dann gesehen, warum, also es gehörte, es gehört dazu, aber irgendwie auch nicht. Warum ist da noch nichts passiert? Und dann bin ich halt hinterhergegangen und habe dann nachgeforscht. So, was konkret, was heißt, es gehört dazu, aber irgendwie auch nicht? Also was siehst du? Du hast Google Maps auf, kann sich das vorstellen. Genau, und dann sieht man ja so, wo ist was gebaut, wo ist nichts gebaut und dann sind die Google Maps Karten ja manchmal etwas veraltet. Und dann gibt es eben auch noch Liegenschaftsportale, wo man dann sehen kann, okay, da steht ein Haus und da steht kein Haus und da ist irgendwie eine Baulücke. Und in Niedersachsen ist es so, da gibt es das LEA-Portal, das ist ein Landwirtschaftsportal und da sind, es ist relativ aktuell, sind immer die, es ist nicht für Immobilieninvestoren geeignet, also nicht gedacht, sondern für Landwirte. Und da sieht man dann, okay, da steht kein Haus und da steht ein Haus und man kriegt ein Gefühl dafür, in welcher Reihe, in welcher Ordnung, wo Anomalien sind und da gucke ich dann in zweiter Instanz rein und da ist es mir aufgefallen. Wie viel Zeit verwendest du für sowas? Also fährst du einmal die Woche, jeden Freitag fährst du durch irgendwie Siedlungen oder wie? Ich versuche mir eigentlich so fünf bis acht Stunden in der Woche dafür Zeit zu nehmen. Für Akquise quasi? Für Akquise, genau, weil das Modell sehr aufwendig ist, es sind ja alles meistens Off-Market-Sachen, an die ich herankommen möchte, um es ja auch günstig einzukaufen und dafür brauche ich einen Zugang und der ist natürlich extrem schwer zu bekommen, weil wenn bei mir einer klingelt und sagt, hallo, ich möchte ihr Haus kaufen oder ihr Grundstück, führt das zumindest bei uns im Norden immer so ein bisschen auf Unverständnis und deshalb brauche ich viel Zeit, um was, dass sich was auftut und auch den Kontakt herzustellen. Aber ich wollte gerade sagen, aber es ist interessant, es ist ja so ein bisschen mehr Sherlock Holmes statt klassische On-Market-Aquise. Also du rufst nicht der Reihe nach Deals an und versuchst der Erste und möglichst schnell und verbindlich zu sein, so hast du einfach eigentlich eine komplett andere Aufgabenstellung. Genau, weil ich für die Entwicklung extrem viel Zeit brauche, ich muss viele Vorgespräche führen, es sind viele Marktteilnehmer, die ich alle involvieren muss und im besten Fall hat natürlich der Eigentümer noch nicht die Entscheidung getroffen, das Grundstück oder die Liegenschaft zu verkaufen, sondern geht erst dann mit dem Gedanken schwanger und dann hole ich mir natürlich die Zeit rein und kann das Risiko nach hinten verlagern. Wie läuft so ein Gespräch ab? Also du gehst hin und klingelst? Nein, ich versuche in der Regel einen gemeinsamen Bekannten, also einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ich besorge Informationen über den Eigentümer, ich versuche rauszukriegen, wer ist dieser Mensch, ohne Spionale Schauffer einzeln einzusetzen sozusagen. Aber ich versuche einfach rauszubekommen, wer ist das und dafür gibt es gemeinsame Bekannte oder ich frage bei der Bank nach oder beim Steuerberater, beim Rechtsanwalt. Ich versuche also einen gemeinsamen Nenner zu finden, der verschiedene Varianten haben kann, das kann ein Bekannter sein über einen Bekannten und so versuche ich den Zugang zu bekommen, dass wir ins Gespräch kommen und dann mache ich einen Termin und versuche ihn zu besuchen. Okay, also idealerweise, dass quasi jemand ein Intro macht, wie man das vielleicht nennen würde, also irgendwie, dass du nicht als Erster dich meldest hast, hallo, ich bin der Martin Vossberger, sondern irgendjemand anders sich bei ihm meldet, ich kenne da jemanden, der heißt Martin Vossberger. Genau, im besten Fall kann der natürlich schon auf einer Vertrauensbasis berichten, okay, der hat schon dies und das und jenes gemacht und er hat das gut gemacht und ordentlich gemacht und das ist jemand, der ist authentisch und dem kann man vertrauen und wenn er das sagt, dann wird das auch so gemacht. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, der angenehmere Weg dann, wenn man diese Basis schon hat. Ich weiß, der Max, der das ja in Süddeutschland macht, der quatscht also wirklich mit den Leuten dann immer vor Ort einfach erstmal direkt und hat, glaube ich, für sich da wirklich optimiert, wie er da auch einen sehr angenehmen Dialog hinbekommt und das Gegenüber eben nicht denkt, hier läuft jetzt irgendwie der Investor rum, sondern tatsächlich, der Max hat ja genau wie du eine große Leidenschaft für seine Immobilien und wenn man das schafft, rüberzubringen, dann kann man das, glaube ich, auch so machen. Das kann man auch so machen, genau. Die Frage ist auch immer, wenn ich natürlich rausbekommen habe, da wohnt jemand, der ist Ende 70 oder 80. Da zu klingeln, die wissen ja, wenn sie Besuch bekommen und ich will da einfach niemandem vor den Kopf stoßen und deshalb ist das die angenehme Variante. Wenn ich da keinen Zugang bekomme, schreibe ich den Eigentümer an, schreibe auf, was ich mache, wer ich bin, was ich gemacht habe, zeige auch, dass ich eben viel auch im Bereich Sozialimmobilien mit betreutem Wohnen schon gebaut habe und dann ist das Gefühl ein bisschen besser als ein, ja, mit dem Kopf durch die Wand Bauunternehmer oder Marktteilnehmer, wer es auch immer dann ist und so ist meine Strategie und das hat bisher ganz gut geklappt. Wie war das jetzt hier konkret bei dem Objekt, wie es das abgelaufen ist? Ich habe den Eigentümer über den Bank herausbekommen und der hat gesagt, das ist ja total gut, ich habe mit dem sowieso bald einen Termin und da geht es um Vermögensbilanz und so weiter. Da spreche ich das Thema mal an und im zweiten Kontakt haben wir uns dann zusammengesetzt und er hat sozusagen, ja, uns dort bekannt gemacht und dann ging es relativ schnell. Das war ein älterer Eigentümer, der sich dann davon auch trennen wollte und ja, dann sind wir so zum nächsten Punkt gekommen. Weißt du, ob der mehrere Grundstücke hatte oder wie kam der an das ran? Der hatte dann, du hast gerade noch gesagt, irgendeine Art der Nutzung schon vor, aber dann doch nicht? Letztendlich ist das Gebiet drumherum geplant worden und er wollte es einfach nicht mit beplant wissen. Er wollte es einfach freilassen, er hatte dafür keine besondere Zielsetzung. Was war das für ein Vorteil? Das ist doch eigentlich nur nachteilig für mich, oder? Ja, also die genauen Gründe kenne ich nicht, aber vielleicht war es einfach Engständigkeit oder es hat sich so entwickelt, das kann ich nicht genau sagen. Erklär mal ganz kurz bitte, was heißt beplant? Beplant bedeutet, also ein Quadratmeter Boden kann ja zwei Euro, aber auch zwei, drei, viertausend Euro wert sein. Es kommt immer auf die Lage an und es kommt darauf an, was dort für ein Bebauungsplan liegt, wenn einer liegt und wenn dort keiner liegt, wird ja nach Paragraph 34 BauGB geschaut, welche Art und welcher Umfang der baulichen Nutzung ist in der Umgebung und daran orientiert sich dann die Bebauung. In diesem Fall lag auf diesem einen Grundstück jetzt kein Bebauungsplan. Das heißt, de facto durfte er dort nichts bauen, beziehungsweise ich hätte jetzt rangehen können und sagen können, ja okay, in diesem Fall war es ja sehr wahrscheinlich, dass man es bebauen darf, aber ich muss jetzt einmal den Weg gehen und sagen, liebe Gemeinde, ich sehe hier eine bauliche Ausnutzbarkeit, das und das möchte ich machen und ich stelle jetzt einen Antrag darauf, dass auch für dieses Grundstück ein Bebauungsplan aufgestellt wird. Okay, du baust dann nicht einfach, weil du hast ja gerade den Paragraphen genannt, weil man das dann sowieso irgendwie darf, sondern du stellst dann, begründest dann und kriegst dann irgendwie nachträglich einen Bebauungsplan auch für dieses Grundstück, der dann genau vorschreibt, was du tun darfst, in welchem Umfang oder was eben nicht. Ganz genau, weil im Paragraph 34 ist es eben auch ein bisschen Auslegungssache und dann hat einer sehr weit an der Straße gebaut, einer hat sehr weit hinten gebaut und im Bebauungsplan selber wird dann genau gesagt, die und die Geschossflächenzahl, so viel versiegelte Fläche und so viel Grundflächenzahl da versiegelt werden und dann habe ich eben eine klare Leitlinie, an der ich mich dann auch in der Planung orientieren kann. Ich würde nochmal kurz nachhagen, das ist besser für dich, wenn es einen Bebauungsplan gibt oder kommt das darauf an, wenn du sagst, oh umliegend steht hier schon so was ähnliches, wie ich machen will, dann wäre es eher besser, das nicht zu haben oder nicht zu versuchen, den zu bekommen. Es ist insofern gut, wenn ich, in diesem Fall war es jetzt so, es war relativ klar, dass ich jetzt nicht dreigeschossig in dieser Siedlung bauen werden darf. Weil alles Dreigeschosse hat? Weil nichts Dreigeschosse hat, in diesem Fall. Werd ich das nicht hinbekommen, dort in die Geschossigkeit zu kommen. Achso, weil nichts Dreigeschossigkeit, okay, deshalb kannst du es auch nicht so. Genau, weil ich mich dann schon an dem Bebauungsplan dort gehalten habe oder orientieren musste, der auch daneben anliegt, weil ich kann ja nicht dem Grundstückseigentümer nebenan sagen, auch der baut jetzt so und so geschossig und wirft Schatten auf dein Gebäude und dadurch verändert sich auch dein Grundstückswert. Also ich, das geht ja nur so lange, wie ich dann auch die, also wie die Freiheit von dem Nächsten nicht beschränkt wird oder der Wert. Es gibt aber auch Situationen, wo ich dann im Bebauungsplan, natürlich bei größeren Baufeldern, bei anderen Projekten, schon auch Dinge im Bebauungsplan vorhabenbezogen besser verhandeln kann. Und dass ich sage, ich möchte diese und jene Nutzung und das hilft euch dort und hier und da weiter. Dafür benötige ich aber dies, das und jenes und die versiegelte Fläche, weil ich das sonst nicht umsetzen kann. Ich würde sagen, also jetzt, es fallen mir sofort tausend Fragen ein, auch wie du dann mit dem Bauamt und so weiter. Wir haben ja ein paar Folgen, wo wir die einzelnen Schritte dann immer noch mal ein bisschen, was war jetzt hier konkret? Also was war in deinem Kopf? Du hast das Grundstück, du kamst dann irgendwie ran, hattest da Gespräche, das hat sich angebahnt. Was für ein Projekt ist in deinem Kopf entstanden? In diesem Fall habe ich mich auch, um dort auch Erfolg zu haben, in der Planung nicht verrannt, sondern habe gesagt, okay, ich orientiere mich an der umliegenden Bebauung. Wir fügen das Grundstück sozusagen mit ein in dieses Gebiet und ich nehme auch Stilelemente von den benachbarten Einheiten mit auf. Und ich brauche aber hier vorne, das ist ein Stirngebäude, das Vierparteienhaus, das dient auch noch mal so als Eingang für diese Siedlung und da würde ich schon gerne ein bisschen höher bauen. Also dann, dass ich eben vier Einheiten bekomme. Das ist auch noch mal so eine Art Schallschutzthema, weil mich das Gebäude insofern in der zweiten Reihe nur mich selber behindern könnte. Also habe ich gesagt, okay, machen wir hier vier Vierer und dann dahinter die Doppelhäuser. Und dann habe ich ein bisschen mehr ausgenutzt, als jetzt vielleicht die Nachbarn. Okay, und dann was ist das Mietkonzept, was du bekommst? Das Mietkonzept hier ist tatsächlich einfach barrierefreier Wohnraum für Senioren. Es ist sehr gut gelegen, es hat sehr kurze Wege zu den Besorgungen des täglichen Lebens. Und da habe ich eigentlich immer eine Größe, die ich bei jedem meiner Projekte, wenn es um Senioren geht, die ich dann voranstelle, das ist 90 Prozent unter 500. Also 90 Prozent der Wege für das tägliche Leben, für den Besuch zum Arzt, zur Apotheke, sollten im besten Fall unter 500 Meter entfernt sein. Also das soll die Mikrolage schon hergeben. Geil, 90 unter 500. Geil. So gucke ich natürlich auch nach Grundstücken. Wenn ich dann wirklich sage, okay, ich suche im Ortskern, im Stadtgebiet, ein Grundstück, suche nach Anomalien und ich sehe, da ist ein Arzt, da ist eine Apotheke, da ist ein Supermarkt, dann weiß ich natürlich, okay, da bietet sich betreutes Wohnen an, weil die, oder Wohnen für Senioren, weil nur diese Zielgruppe, also jede Zielgruppe, andere auch, aber die ist halt einfach mobiler. Meine Zielgruppe braucht diese Einrichtung vor der Haustür. Okay, und weil du darauf spezialisiert bist, guckst du dir, also du arbeitest quasi von da rückwärts, weißt du, das brauche ich ganz hinten und dann ganz vorne in der Akquise ist das für dich schon ein Filter, um schnell auszusortieren oder die zu finden, die wirklich interessant sind? Ganz genau. Was heißt hier, also barrierefreier Wohnraum, das gibt es ja auch, es gibt ja irgendwie so KRW-Programme, man kann das ja auch im Bestand machen, in diese Richtung umbauen, aber was heißt das, was unterscheidet das jetzt von vielleicht einem Bau, wo du da nicht drauf achten würdest? Mittlerweile wird fast ausschließlich nur noch barrierefrei gebaut. Hier, das Thema kann man endlos weiterspielen, bis hin rollstuhlgerecht, behindertengerecht. Mir geht es darum, also schwellenarm und barrierearm zu arbeiten, ohne jetzt bautechnisch auf, also Kompromisse eingehen zu müssen. Eine Schwelle ist machbar bis zu einem gewissen Grad, aber in der Regel versuche ich darauf zu verzichten. Es muss also ebenerdig in die Haustür gehen. Dann geht es los, die Haustür muss dann am besten Fall Meter oder Meter zwanzig breit sein. Dann gibt es diesen Wendekreis für Rollstühle. Zumindest, dass man, wenn der Mieter dann, aus welchen Gründen auch immer, im Rollstuhl sitzen sollte und auf einmal in den Rollstuhl kommt, dass er dann sich im Bad frei bewegen kann. Dadurch muss er natürlich auch mit dem Rollstuhl von Raum zu Raum kommen. Das heißt, unter einem Meter Breite ist dort kein Türmaß ausgelegt. Ich habe keine Übergänge zwischen den Räumen. Es gibt also keine Schwellen, keine Stufen. Wie funktioniert das mit Treppe? Aufzug wahrscheinlich. Genau, in dem Vierer ist es jetzt so, da kann ich natürlich nicht barrierefreies Wohnen anbieten. In dem ersten Obergeschoss und mit Treppe. Und dementsprechend habe ich mich da für einen Plattformlift entschieden, der dann günstiger ist als ein Aufzug, aber dann dort auch ganz wunderbar funktioniert. Was ist ein Plattformlift? Ein Plattformlift ist eine Plattform, die sich nur bewegt, wenn man permanent einen Knopf drückt und ist in einem Ultraschneckentempo, den die Menschen von oben nach unten befördert. An der Treppe entlang. Genau, an der Treppe oder in einem Schacht? Also wir haben einen richtigen Schacht nicht gemauert. Die kommen letztendlich selber mit einem Ständerwerk, der Produzent, und baut es dann auf. Ich brauche also jetzt keinen massiven Schacht dafür, um das im Rohbau herzustellen, sondern es ist letztendlich... Es hängt außen dran. Es sind vier Ständer und in der Mitte fällt die Plattform hoch und runter. Das ist dann elektrisch. Aber außen am Gebäude? Nee, innen im Gebäude. Jetzt haben wir es hier berücksichtigt. Normalerweise ist das eine Lösung, um jetzt in einem Treppenkern, daher kennt man es manchmal, in Verwaltungsgebäuden, in sehr historischen alten Gebäuden, um dort einen Lift für Behindertenverkehr nachzurüsten, ist das eigentlich eine Nachrüstsituation. Aber eben hier günstiger als ein Aufzug, auch in dem Unterhalt. Weil ich gucke natürlich auch schon, wenn ich im Obergeschoss finde, es nur zwei Wohnungen sind. Und ich habe, Pi mal Daumen, 1.000, 1.200 Euro Nebenkosten nur für den Aufzug, TÜV, Wartung, GSM-Module für die Freispieleinrichtung, geht das ja zu Lasten meiner Kaltmiete. Und bei einem Plattformlift ist es so, wenn die Förderhöhe, oberkante Fußboden im Erdgeschoss, zur oberkante Fußboden in dem rüberliegenden Geschoss unter drei Meter ist. Was im normalen Neubau heute wahrscheinlich so ist, ne? Genau, 2,70 Meter lichte Höhe ungefähr und dann noch die Stahlbetondecke plus Bodenaufbau. Dann kann ich auf den TÜV verzichten. Und das sind schon mal 500, 600 Euro jedes Jahr, wodurch ich natürlich die Nebenkosten, wo die Nebenkosten für den Mieter geringer sind und ich dann auch in der Kaltmiete da keine Abstriche machen muss. Und der Mieter denkt in Warmmiete. Und das, was er für den Aufzug quasi ausgibt, am Ende fehlt dann für die Kaltmiete bei dir, ne? Genau. Dann lassen wir mal wieder zurückkommen zu quasi die Projektanbahnung. Also jetzt ist klar, was du dort errichten wolltest, an wen du es vermieten wolltest. Hier ist es ja dann auch eine normale Vermietung im Prinzip. Ja. Aber eben wieder spezialisiert auf deine Zielgruppe, werden wir jetzt noch öfter hören. Ich mache einen kleinen Teaser. Also du hast auch eine ganze Schule umgebaut. Und da wirklich, also es ist brutal, ich freue mich riesig, wenn wir über das Projekt dann reden. Und da seniorengerechtes Wohnen reingemacht, mit auch so ein paar Zusatzservices und so, also wirklich betreutes Wohnen. Genau. Aber zurück zu dem Projekt. Du hast das also in deinem Kopf gehabt, dass man es so bebauen könnte. Hast du das Grundstück schon gekauft, bevor du wusstest, ob das überhaupt möglich sein wird? Bist du ins Risiko gegangen? Ich bin ins Risiko gegangen, wobei das Risiko für mich irgendwann immer greifbarer wird mit jedem Gespräch, was ich geführt habe. Ich habe dann das Gespräch mit dem Bauamt geführt. Da wurde mir grundsätzlich erstmal gesagt, ja, es ist hier einfach, das Programm von der Siedlung weiterzuführen. Die Chancen stehen gut. Dann stellt man einen Antrag auf Grundsatzbeschluss, also einen Antrag auf Erstellung eines Bebauungsplans, das soll dann grundsätzlich im Verwaltungsausschuss oder im Ausschuss für Hochbau und Planung besprochen werden. Die beschäftigen sich dann, die Politiker, die dann da sitzen, einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate, je nach Größe der Gemeinde und der Stadt, mit diesen Anträgen, die reinkommen. Und in der Regel ist es so, dass die Zielsetzung ist, wenn wir uns heute grundsätzlich dafür entscheiden, dass wir das machen wollen, können wir auch dann in dem gesamten Verfahren, das circa ein Jahr dauert, wollen wir auch bei der Entscheidung bleiben. Wir müssen uns also jetzt wirklich überlegen, um nicht später doch jemandem absagen zu müssen. Und dann kommen natürlich die Fragen auf und ich biete dann immer an, eine Präsentation zu machen, auch schon mal in dem Volumenmodell darzustellen, was soll da passieren. Also da gibt es tolle Möglichkeiten, zum Beispiel mit Google SketchUp, kann man relativ leicht kostenfrei Gebäude hochziehen, in dem Volumenmodell darstellen. Mit Google SketchUp? Google SketchUp. Da kann man eine Liegenschaftskarte drunter legen. Also jetzt in der Stadt wie München zum Beispiel, gibt es viele, viele Projekte, die von Architekten da schon eingearbeitet worden sind, wo man dann auch schon Kirchen und so weiter sieht. Also man kann auch auf historische Daten zugreifen. Und hier lässt es sich relativ leicht mit ein bisschen YouTube-Anleitung, lassen sich ganz schnell Kubaturen, Gebäude, Dächer rein- und rausschneiden und dann auch zeigen, okay, ich ziehe die Nachbargebäude auch mit hoch und dann sieht man, wie fügt sich denn dieses Projekt denn überhaupt ein. und da verzichte ich dann aber auf Oberflächen. Also wenn ich dann zu sehr ins Detail gehe, wie viele Sprossen hat das Fenster, ist es eine Putzfassade, ist es ein Stein, wie sieht die Eingangstür aus, dann geht es zu sehr darum, als ums Projekt an sich und deshalb mache ich erstmal eine Art ... Weil die sich sonst in die Details rein ... Dann geht es in die Details und einer sagt, ja, aber hier ist ja das und das typisch und wir wollen aber gerne jenes. Und da geht es in dem Moment eigentlich nicht drum. Genau. Kann ein Gebäude dieser Höhe, dieser Art und Weise hier prinzipiell stehen? Genau, weil auch zum Projekt Start ist ja erstmal nur grundsätzlich darum geht, dass die Entscheidung getroffen werden kann, ja, das darfst du bauen oder nein, das darfst du nicht bauen. Der Rest ist dann später. Okay. Also halt auch geil, diese Erfahrung zu haben, schon zu wissen, was im Vorfeld, wie genau lege ich das beim Konzept schon fest, damit ich einen Schritt weiterkomme. Genau, insofern gehe ich dann da noch nicht so sehr ins Risiko. Ich treffe mich natürlich mit dem Eigentümer, ich versuche, einen Preis zu verhandeln, ich habe verschiedene Modelle, um auch immer auch darzustellen zu können, hier, das kann ich dafür bezahlen. Das ist das, was ich mir vorstelle und versuche es dann auch zu argumentieren. Und es gibt ja viele verschiedene Situationen. Hier ist jetzt ein freies Grundstück gewesen. In vielen Fällen spreche ich Eigentümer an, die in dem Haus wohnen, seit vielen, vielen Jahren. Die brauchen auch eine Alternative oder haben eine Alternative. Das stellen wir dann fest. Hier in welchem Haus wohnen? Ich kaufe ja auch bebaute Grundstücke, wo ich Potenziale sehe, Grundstückspotenziale nicht in dem Haus. Das würde dann abgebrochen werden. Und so versuche ich mich immer darauf einzustellen und dass wir sagen, okay, wir schnüren ein Gesamtpaket aus Kaufpreis. Ich unterstütze bei der Akquirierung neuer Objekte, wie auch immer. Und so ist es eben eine vertraute Variante. Und ja, so das ist das Vorgehen. Ich finde das, das finde ich so geil bei Projektentwicklung. Das ist nochmal so ein Stück visueller auch. Also, dass man sowas machen kann, dann so ein Modell mal aufzeichnen und so. Das hat man jetzt ja, ich sage mal, bei einem normalen Bestandsmehrfamilienhaus, was man sich aber so in dem Bestand kauft. Darfst du gerne mal ein Modell malen. Ja, genau. Aber man muss es halt nicht. Und es ist cool, wenn man damit arbeitet. Und damit dann auch, es macht ja auch Spaß, Leute von so einem Immobilienprojekt dann zu überzeugen. Das macht Spaß. Und ich setze mich natürlich auch mit allen Eckdaten der Gemeinde oder der Stadt auseinander. Es gibt Entwicklungsprognosen. Es gibt Studien, die eröffnet worden sind. Was brauchen wir wann? Wie entwickelt sich unsere Einwohnerprognose? In welchen Teilbereichen? Wie viele Menschen von denen sind 65? Also haben wir einen Zuwachs, zweistelligen Zuwachs der Altersgruppe 65 bis 75? Dann sehe ich natürlich, ja, das ist ja meine Marktanalyse. Ich sehe, es gibt Bedarf. Und den Bedarf, den lasse ich natürlich in mein Projekt mal einfließen und stelle in der Präsentation auch vor, guckt doch mal, ihr habt das und das Problem. Da und da kann ich helfen. Das möchte ich anbieten. Dazu muss ich aber das und das machen. Und ich stelle mich auch da natürlich, wie beim Grundstückseigentümer auch, maximal authentisch vor. Ich kann Projekte zeigen. Ich habe Bestätigungsschreiben von vergangenen Projekten, von Gemeinden und Kommunen, wo drauf steht, mit dem haben wir gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Das funktioniert. Und dann bin ich auch noch langfristiger Investor mit einem Anlagehorizont, der soll ja nicht in den Verkauf gehen meistens. Und dann bin ich also ein Gesamtpaket, wo man sagt, okay, das hat Hand und Fuß. Das ist mega attraktiv, wenn ich mir das vorstelle, aus Sicht der Verantwortlichen in der Stadt, den du bekommst einfach und lieferst quasi bratfertig den Teil der Lösung eines Problems, das sie haben. Was wollen sie mehr? Sie müssen im Prinzip nur sagen, ja. Genau, sie müssen nur sagen, ja. Und dann gibt es natürlich die Zusammensetzung und der von den Grünen will natürlich auch was über die Energiebereitstellung wissen und ob ich mit der Kraft-Wärme-Kopplung komme oder was auch immer. Und solche Fragen, ich habe natürlich schon vorgeguckt, wer sitzt da? Was hat der so ungefähr, was kann der mich fragen? Und die Antworten habe ich schon vorher mir überlegt. Woher weißt du, wer da sitzt? Das kann man öffentlich einsehen. Die Fraktionsmitglieder kann man sehen. Dann weißt du, wer in diesem Ausschuss quasi sitzt und dann beschäftigst du dich mit jedem Einzelnen und weißt, okay, also der ist jetzt, okay, bei den Grünen, dann hast du wahrscheinlich eher Fragen zum Thema Umweltschutz als zur Wirtschaftlichkeit. Zum Beispiel, also ich gehe jetzt nicht Haus-of-Karts-mäßig ran und versuche das ins Letzte. Wer hat welche Leichen im Keller? Nee, dafür sind die Projekte eigentlich, eigentlich sprechen schon so für sich, aber ich beschäftige mich schon damit, um zu überlegen, okay, wer hat sich bei den Wahlen was vorgenommen? Das ist klar. Und dann kriege ich natürlich raus, wenn jemand sagt, sozialer Wohnungsbau, oder kann ich das natürlich beantworten? Also es ist halt so stark, auch wenn du das dann weißt und die Person dann ansprichst und sagst, also ich weiß ja, Ihnen ist das und das besonders wichtig und deshalb habe ich mir überlegt, das machen wir so und so und so. Und das ist halt. Das Schöne ist, es gibt ja immer nur eine gefühlte Wahrheit in der Stadt oder in einer Gemeinde. Da wird dann gesagt, wir haben zu viel davon, zu wenig davon und dann gibt eine Kommune einen gutachtenden Auftrag, die das dann auch mal analysiert und das ist dann auch öffentlich zugänglich und jeder kann sich das einsehen und das nehme ich als Datenbasis und sage, das ist das, was ihr braucht und das ist das, was ich anbieten kann und da sehe ich eine Deckungsgleichheit. Ich leite also schon für das Projekt die Ziele der Gemeinde. Extrem stark. Und dann kommst du auch noch daher. Also es ist so, der Junge aus der Heimat ja auch ein bisschen. Du bist ja eben jetzt mit 33 auch irgendwie, glaube ich, das ist total cool, dass jemand sich aufmacht, da auch in seiner Heimat was Positives zu bewirken, explizit an den Themen, wo man gerade arbeiten kann oder was gerade gebraucht wird. Ja. Extrem gut. Lass mich noch fragen, du hast zwei, dreimal gesagt, da gehst du jetzt noch nicht ins Risiko, also du investierst Zeit, aber zu dem Zeitpunkt dann jetzt noch kein Geld. Was ist der Zeitpunkt, an dem du einen Vertrag unterschreibst mit dem Eigentümer oder mit Architekten oder einem Bauunternehmen und auf welcher Basis? Also der Grundsatz, also ich versuche mit dem Eigentümer natürlich einen Preis zu verhandeln und lasse immer noch ein bisschen Spielraum und will ihn auch gerne ein zweites und ein drittes Mal treffen, um einfach Zeit zu gewinnen, weil ich noch nicht weiß, wie fällt der Grundsatzbeschluss aus. Ist der gefallen, fällt damit auch der Anteil von meinem Risiko und ich kann mit dem Eigentümer dann über den Letter of Incend, also wo wir gesagt haben, so viel bezahle ich für das und das und so weiter, einen Kaufvertrag schließen. Mal aufschiebend bedingt, dass ich sage, wenn dieses, das wird relativ ungern gemacht, weil ich das Risiko komplett verlagere, das würde ich auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht mitmachen. Aufschiebend bedingt bedeutet, ich kaufe das Grundstück nur, wenn dies und das und jenes eintritt. Dafür bezahle ich dir eine Freihaltegebühr oder ich zahle dir eine Erfolgsprämie, wenn es soweit ist. Aber im Regelfall ist es so, dass es einfach noch Zeit braucht, einen Kaufvertrag zu erstellen, ist der Eigentümer, muss vielleicht vielleicht was Neues suchen, muss das nochmal in der Familie abklären. Und die Zeit nutze ich natürlich, um parallel Bankgespräche zu führen, um parallel Anträge zu stellen und um eben klarer über die Kosten und über die Rendite zu machen. Aber hast du nicht das Risiko, also jetzt ist da ein Stück Land, da ist kein Bebauungsplan drauf. Du kümmerst dich jetzt darum, die ganze politische Arbeit zu machen, einen solchen Grundlagenbeschluss herbeizuführen. In dem Moment springt ja der Wert dieses Grundstücks, in dem Moment, wo diese Arbeit gemacht ist, oder? Es dauert dann ja ein Jahr. Es ist noch nicht fest. Ich überlege dann natürlich auch parallel, wenn es nicht klappt, was kann ich mit diesem Grundstück denn anfangen? Und im besten Fall würde ich dann plus minus null wieder rausgehen, genau. Aber durch viel Kommunikation, alle im Prozess behalten, schaffe ich es dann schon, dass die Unterzeichnung des Kaufvertrages eben relativ lange dauert. Weil der Gedanke, ich möchte es verkaufen, der ist ja noch gar nicht schlussendlich gereift. Alles, was On-Market ist, oder was wir On-Market sehen und bekommen, hat so viel Gedanken vorher schon gekostet. Und da geht es um Zeit. Und da geht es primär nicht um Zeit, sondern um Alternativen. Und du kaufst ja, würde ich jetzt mal vermuten, du kaufst das schon in dem, ich sage jetzt mal, 98 Prozent wissen, dass man da irgendwas auf jeden Fall bauen darf. Also man könnte wahrscheinlich auch einfach, wenn man es normal bebaut und dann tatsächlich abverkaufen würde, würdest du noch irgendwie auch so rauskommen können? Dann würde ich auch so rauskommen können, genau, weil ich versuche schon eine B-Planung zu machen und dann zu überlegen, ja, wie könnte ich es anderweitig nutzen? Oder wenn ich damit nicht weiterkomme, das merke ich aber eher in den Gesprächen mit den Verantwortlichen, die es dann am Ende entscheiden und auch schon in der Präsentation. Ist dir das schon mal passiert, dass nachher die Bebaubarkeit so gar nicht so hingehauen hat, wie du es wolltest und dann wirklich im Desaster geendet ist? Nein, zum Glück nicht. Ist dir das schon mal passiert, dass der Verkäufer dann gesagt hat, boah, ist ja super, dass das mit dem Baurecht jetzt dann soweit geklärt ist und jetzt verkaufe ich an jemand anderen für mehr? Nein, auch das nicht, auch das nicht. Zum Glück nicht. Es geht eben auch dann darum, wenn ich ein Gefühl habe, oh, der ist selber interessiert zu investieren und dann hätte er es schon getan. Oder es gibt so viele persönliche Situationen, auch gerade bei Menschen, die das schon sehr lange haben oder die über einen Erbfall rangekommen sind, die wollen sich davon trennen, die haben andere Schwerpunkte, denen geht es nicht um Immobilien, sondern da geht es darum, vielleicht auch mit dem Geld andere Probleme oder ihre eigenen Schulden zu bedienen und das sind andere Zielsetzen. Okay. So, dann müssen wir mal so langsam ein bisschen zu dem Projekt noch quasi vorankommen, wie das jetzt aktuell auch steht. Vielleicht darf ich noch ein paar Zahlen fragen. Was kostet dich so was, auf einen Quadratmeter das herzustellen, würdest du schätzen? Also ungefähr reicht. Ja, also ich muss schon so für 1,6 bis 1,8 muss ich schon bauen. Ja, dann so. Inklusive Grundstück? Nee, exklusive. Exklusive Grundstück. Exklusive Grundstück. Okay. Das erscheint mir trotzdem aber immer noch sehr günstig. Ja, ist überhaupt nicht viel, finde ich. Genau, das ist, darf man nicht vergessen, man sieht das zum Beispiel im Baukostenindex, da gibt es deutschlandweit Vergleiche, wie teuer ist das Bauen, an welcher Stelle und bei uns in der Region ist es bei 65 bis 70 Prozent und im Mittel ist es Durchschnitts. Genau. 65 bis 70 Prozent. Genau. Krass, wie groß, also wir haben uns oft auch in letzter Zeit über Instandhaltungskosten und solche Dinge unterhalten, einmal was sind das für Gebäude, aber wo das steht, hat logischerweise einen Einfluss, aber dass das so gravierend ist, dass bei euch, ich meine, das ist ja jetzt nicht ganz JWD, dass das 65 Prozent ist. Genau und ich habe ja auch die Serie mit Markus Rehkugler verfolgt und dann habe ich ja auch gesehen, was er für den Abbruch bezahlt und dann habe ich gedacht, nee, das würde ich nicht bezahlen, weil das bei uns einfach für einen anderen Preis möglich ist und so geht es. Woran liegt das? Das kann ich schwer sagen. Es gibt, glaube ich, ein Lohngefälle, das ist das eine. Es gibt, glaube ich, eine, noch eine sehr gute und breite Handwerkerschaft, viele Gewerbetreibende, die auch noch nicht so das Nachwuchsproblem haben, die Auftragsbücher natürlich auch voll haben, aber ich habe auch keine größeren Probleme an Handwerker ranzukommen. Es hat sich noch nicht nach oben gebettelt. Es ist teurer geworden, natürlich, aber vielleicht noch nicht so in dem Ausmaße wie in wirklich krass angespannten Märkten. Wo sich dann irgendwann die Handwerker einfach die Kunden aussuchen und nicht andersrum. Genau. Okay, was glaubst du, kannst du in der Vermietung, es ist noch nicht vermietet, es geht jetzt in die Vermietung? Zum 1.12. geht es in die Vermietung, genau. Also es sind schon alle Mietverträge geschrieben. Okay, also die Mieter stehen schon fest und haben unterschrieben. Ja. Okay, und für wie viel kannst du vermieten, den Quadratmeter? Ich komme so auf zwischen 9 und 10 Euro. Ich glaube, ich habe es jetzt 9,25 Euro oder 9,50 Euro vermietet. Also es steht auch hier, genau, ich kann mal reingucken. Sagen wir mal, 9,50 Euro. Größenordnung 9,50 Euro. Genau. Mal 12. Euro Quadratmeter. Doch, ich habe es 8,25 Euro. 8,25 Euro. Dann habe ich es, glaube ich, falsch eingegeben. Es steht auf jeden Fall eine 9 vorne. Das hatte ich auch vorher rückwärts gerechnet. Das muss ich schon haben da. Okay, also sagen wir mal 9 Euro irgendwie und dann kommst du mit den Baukosten auf über 6% Mietrendite. was dann eben tatsächlich und dann fließt sich der Kreis zu dem, was du ja eben dann auch tun kannst, wirklich sagen, ich kann das bei mir im Bestand halten und kann es mir erlauben, sehr, 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 sehr langfristig zu denken mit Neubau. Lassen wir uns rückwärts. Da ist dann ein Grundstück jetzt mit drin, wenn wir von 6% reden, weil das Grundstück in dem Zustand, in dem du es kaufst, nicht viel Geld kostet auf dem Quadratmeter. Genau, das Grundstück ist mit drin. Ich habe es sehr günstig eingekauft. Ich komme, da kommen wir auch noch mal zu, über den Ablauf, natürlich bin ich in der Lage, das eine oder andere an Planungsleistung, an bauleitenden Themen selber zu übernehmen mittlerweile, durch die Erfahrung. Und ich komme dann dort im Gesamten eben dann auf die Rendite. Also knapp unter 2 insgesamt irgendwie an Kosten und dann auf 6%. Was ja, das Tolle ist ja, du hast da ja wirklich ein nagelneues Gebäude stehen, also Dinge wie Instandhaltung und Rücklage und sowas. Also natürlich musst du irgendwie Rücklagen bilden, aber das ist ja was völlig anderes, als ein runtergerocktes Haus irgendwo in Essen zu kaufen, wo quasi alles gemacht werden muss. Genau, ich habe keine Themen, die mich noch begleiten, wo ich jetzt sagen müsste, jetzt muss ich aber schon wieder so krass in die Zukunft denken, wann fällt mir die Heizungsanlage aus oder sonstige Dinge. Ich vergebe die Projekte nach VOB, das ist die Vertragsordnung für Bauleistungen. Da drin ist auch die Gewährleistungsfrist geregelt, das sind vier Jahre. Man kann das aber austauschen gegen das BGB-Recht und dann sind es fünf Jahre. Das heißt, über die Gewährleistungsbürgschaft, die ich vom Unternehmer bekomme, habe ich die nächsten fünf Jahre eigentlich auf das, was er eingebaut hat, Ruhe. Da müssen wir ausführlich noch drüber sprechen, wie du baust und wie du da gut zu den Kosten kommst. Du hast auch gesagt, dass du gerne tilgst auch. Also das heißt, es geht dir jetzt nicht darum, von Überschüssen irgendwie selbst im Hier und Jetzt zu leben, oder? Nein. Von was lebst du? Ich habe die Immobilienverwaltung, mit der ich begonnen habe, weiter aufgezogen in meinen Strukturen über Bekannte. Ich spiele da im Fußballverein, habe ich immer gespielt. Da gibt es natürlich Sponsoren und Unternehmer, die sich einfach so über das Netzwerk ergeben haben. Und dann gab es dort keine professionelle Immobilienverwaltung. Das ist dann immer so nebenbei mitgelaufen bei den Verwaltungen von Unternehmern oder die haben es privat gemacht. Und dann habe ich dann irgendwann einen Ruf bekommen über verschiedene Aufträge, wo gesagt wurde, ja, der Martin, der macht das gut. Der macht das, als ob es sein eigenes wäre. Und ich habe keine WEG-Verwaltung gemacht, sondern nur Gebäude, wo es einen Eigentümer gibt. Also ein Eigentümer hat zehn Parteien aus. Das habe ich gemacht und übernommen. Und eben viele Gewerbeeinheiten, wo ich dann natürlich auch langfristige Verträge schließen konnte mit einer Verwaltergebühr von drei bis fünf Prozent von der Jahresprotokaltbiete. Auf wie viele Einheiten kommst du da, die du verwaltest? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hundert, tausend? Nee, zwischen drei und vier hundert müssen es irgendwie sein. Und davon lebst du erst mal im Hier und Jetzt? Genau, genau. Also du und deine Familie und die, also Beinhold Neubau, wie gesagt, der Traum, weil es ist ja so eine schöne Vorstellung, dann würde ich zu sagen, ich habe da halt echt eine neue Immobilie. Die gehört mir und die zahlt sich jetzt ab auch für mich und gehört mir dann eben halt auch in 30 Jahren. Warum bist du nie bisher dem Versuch erlegen, doch abzuverkaufen und kurzfristig das Geld aufs Konto zu bekommen? Es ist so viel Arbeit in so einem Projekt. Es gibt ein Grundstück oder ein Haus und ich stelle mir dann weg. Also dieses Projekt ist ja wie so ein Baby letztendlich. Und dann lernt es irgendwann laufen und dann würde ich es ja weglaufen lassen und an jemand anderen übergeben. Und es tut mir brutal im Herzen weh, es zu verkaufen, weil es macht so einen Spaß zu bauen, zu sehen, wie das wächst, sich für Materialien zu entscheiden. Aus diesem Volumenmodell werden irgendwann Oberflächen. Dann wird es real in der Bebauung selber. Dann wird das Dach gerichtet und dann sieht man jetzt noch das Pflaster und ein bisschen Außenanlagen. Und fertig ist dieses Projekt und es strahlt für sich selber. Und jede Entscheidung, die ich getroffen habe, ist dort eins zu eins reingegangen. Die guten Sachen, auch die schlechten Sachen. Und es steht dort 70, 80, vielleicht im besten Fall 100 Jahre. Und ich bin dann, es hängt da in meinem Herzen einfach dran. Extrem geil, extrem geil. Und deswegen fragen uns so viele Leute, kann man neu bauen für den Bestand? Weil genau das ja irgendwie, das ist ja genial. Nochmal kurz dazu, aus der Immobilien, bevor ich das vergesse, aus der Immobilienverwaltung ist auch noch eine Projektsteuerung geworden. Ich habe also schon Projektsteuerung gemacht, ohne zu wissen, ich habe auch schon Projektentwicklung gemacht, ohne zu wissen, dass es diesen Begriff gibt. Also Projektsteuerung ist eben auch bei den Gewerbeeinheiten so gewesen. Mein Kunde, für den wir verwalten, hatte einen Mieterwechsel. Da musste umgebaut werden. Und ich habe sozusagen das Mietermanagement gemacht, den Umbau gemanagt, geleitet. Und das sind natürlich noch Projekte, wo ich auch ein Handwerker-Netzwerk aufgebaut habe, über die Verwaltung hinweg, wo ich dann gezeigt habe, okay, ich kann das zu dem und dem Preis. Und ich kümmere mich ganz vollumfänglich darum. Und ich zeige dir am Ende, was kostet es. Ich leite die Baustelle. Und was hast du am Ende davon? Und das ist also eben auch so gelaufen, als ob ich es für mich selber mache. Und das ist aus der Verwaltung noch gekommen. Ich möchte ganz kurz einen Hinweis machen an die Zuschauer, wenn man nachrechnen will im location.de slash Kalkulation, ab wann denn man rentabel auch was im Bestand halten kann. Da gibt es ein kostenloses Kalkulationstool, in dem man das ausprobieren kann. Jetzt beschreiben wir uns doch noch einmal das Gebäude, wie es jetzt fährt. Du hast es ja, wann ist es jetzt fertig geworden? Wir sind noch dabei. Wir sind gerade aktuell in der Baustelle. Das Vier-Parteien-Haus ist, da ist schon der Maler zugange. Also da habe ich sonst die anderen Bauhauptarbeiter sind da schon abgeschlossen. Und jetzt die beiden Doppelhäuser werden etwas zeitverzögert fertig. Wir haben uns also von Gebäude 1 bis 3 vorgebaut. Es ist ein verklinkertes Gebäude mit dunkelgrünen Fenstern. Es ist also so ein typischer norddeutscher rotbrauner Klinker. Du kennst das, Stefan. Meine Heimat. Und das Vier-Parteien-Gebäude hat eher eine kubistische Form. Also ist eher so würfelig. Es gibt einen zentralen Eingang mit einer schönen, da gebe ich auch immer mehr Geld aus, mit einer schönen Eingangstür aus Holz. Also wirklich eine vom Tischler gemachte Eingangstür. Das ist die Visitenkarte des Hauses. Da fängt schon die Wertigkeit sozusagen an. Und im Erdgeschoss gehen zwei Einheiten ab und dann im Obergeschoss auch noch mal zwei Einheiten. Es hat ein paar Solarpaneele auf dem Dach für die Kfee-Förderung. Und genau, die Erschließungswege sind gefließt und in den Wohnungen dann etwas wärmere Farben. Ich würde gerne eine Sache, also wenn du noch was zu Optik hast, fragt. Aber ich habe noch eine. Weil du hast gerade nochmal gesagt, also das ist jetzt ein Beispiel für Neubau profitabel. Aber ich möchte noch einmal kurz darauf hin, also warum ist jetzt das hier ein Beispiel für profitablen Neubau? Was machst du anders? Also du baust günstig, weil auch du in der Region mit Baukosten und sowas an einem richtigen Standort unterwegs bist. Und dann, wenn ich dir richtig zugehört habe, du baust halt für eine Zielgruppe, die du sehr gut kennst, wo du weißt, da gibt es dann auch eine Wertschätzung für Wohnraum, der bestimmte Kriterien erfüllt, wo es okay ist, dass die Miete etwas höher ist. Und du achtest von vornherein darauf, alles was irgendwie Nebenkosten angeht, Betriebskosten, so gering wie möglich zu halten. Also klar ist Neubau, KfW, energieeffizient und so weiter. Das zählt ja alles rein. Aber dann auch der Plattformlift, wenn ich mich richtig erinnere, um eben die Kaltmiete hochzuregen. Und das in Summe führt dann eigentlich zu diesem Ergebnis. Das in Summe führt zu dem Ergebnis. Und ich versuche bei den Grundrissen darauf zu achten, dass wir einfach effizient bauen. Man kann ja auch immer in Detailen, was habe ich für eine Brote-Geschossfläche, was habe ich für eine vermietbare Fläche. Also was kann ich vermieten? Und was ist einfach nur Funktions- und Erschließungsfläche? Da so einen guten Schlüssel, also die Quadratmeter auszunutzen, kurze Leitungswege zu haben, zum Beispiel bei zwei Wohnungen die Bäder jeweils aneinander zu legen, dass wir eben nicht mit den Strängen überall lang müssen. Da passe ich schon, also in der Architektur, am Anfang schon ganz gut auf. Und ja, dazu kommt eben noch, dass ich, wie gesagt, ein paar oder einige Leistungen selber machen kann. Ich gehe nicht hin und sage, lieber Generalunternehmer, bitte baue mir dieses Haus. Und er kalkuliert auf seine Subunternehmer nochmal 10, 12, 13 Prozent Aufschlag. Und ich komme am Ende auf einen viel höheren Kostensatz, sondern ich übergebe zum Beispiel dem Bauunternehmer, der will dann gerne diesen Auftrag machen. Mit dem habe ich vertrauensvoll gearbeitet und sage, okay, ich habe jetzt hier die Angebote von den anderen. Mach du bitte die Bauleitung. Mach mir das bitte mit. Und dann sagt er, kriege ich den Auftrag? Ich sage, ja, du kriegst den Auftrag, du musst die Bauleitung übernehmen. Das würde, also ich habe eine Einzelvergabe gemacht, ich bitte Auftrag jeden Einzelnen. Aber er fungiert wie ein, in der Funktion wie ein GU, aber ich rechne mit den Unternehmern selber ab. Das ist zum Beispiel eine Variante, wo man sich dann eben auch in den Nebenkosten, also den Architekten spart, den GU-Zuschlag spart. Ich komme selber zu Baustellenbesprechungen. Ich koordiniere Dinge selber mit. Und über das Team, was ich jetzt habe, können wir natürlich Vermarktung, Verwaltung, ja, Kosten-Controlling selber machen. Das mache ich natürlich auch. Also wir werden die einzelnen Elemente, die ihr jetzt beide gerade angesprochen habt, im Rahmen der Serie eben genau ausführlich beleuchten. Also alleine Vermarktung, was ich da schon von dir gesehen habe, ist krass. Und überall, das sind natürlich die ganzen einzelnen Stellschrauben, die am Ende dazu führen, dass du dir echt Neubauten in den Bestand legen kannst. Das finde ich großartig. Das war es für Folge 1, eine Serie, deren Namen wir noch nicht festgelegt haben. Wir müssen mal gucken. Also wir wollen vielleicht irgendwie was mit Fuchs einbauen, weil du heißt auf Instagram wie? The Real Bergfuchs. The Real Bergfuchs. Kann man auch folgen. Da sieht man die schönen Projekte. Möchte ich an der Stelle dringend empfehlen. Wir gucken mal, was rauskommt zum Serienname. und freuen uns sehr auf Folge 2.